Also insofern glaube ich, dass wir in Deutschland bei den Gewerbeimmobilien meiner persönlichen Auffassung nicht wirklich eine Blase derzeit haben. Wir haben im wohnungswirtschaftlichen Bereich, da bin ich etwas skeptischer, in einigen Teilmärkten, insbesondere im hochpreisigen Segment wahrscheinlich schon Situationen, wo man mit einer konzentrierten Aufmerksamkeit dabei bleiben sollte. Man könnte sagen, vielleicht keine Blase, aber hier und da so etwas ähnliches wie ein Bläschen. Abonnierenauen Untertitelung des ZDF, 2020